Guten Morgen, ich nehme euch heute mal eine Runde mit dem Stall, was ich so am Tag, wenn ich Ferien habe, quasi im Stall macht. Es ist ja immer ein bisschen unterschiedlich, ob es Wochenende ist oder ob jetzt Ferien oder eben unter der Woche. Am Wochenende oder wenn ich Ferien habe, habe ich mir vom Engel an, dann bin ich morgen so kurz verfrieden von dem Stall und habe die Pferde oder fütter die Pferde und dann geht es bald wie du bist. Dann kommt noch mit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.